Musik Ihr habt Interesse an diesem oder anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Was einem beim Essen nicht so alles einfallen kann. Ich habe gerade voll die gute Idee bekommen, wie wir das hier verbessern können. Mein Hals. Moment. Fuck. Hell. So. Also. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Das wird jetzt ein bisschen was kompliziert. Ja. Wie soll ich das sagen? Ich muss wieder atmen, ne? So. Und zwar brauchen wir natürlich nur eine zweite Station hierfür. Und zwar bauen wir die jetzt einfach mal hier weg. Beziehungsweise erst mal von hier weg. So. Und fügen das dann hier zusammen, weil das sonst very, very McStrange wird. So ungefähr. Okay, perfekt. Und jetzt können wir hier schon daneben auf der Straße runterziehen. So, damit es auf jeden Fall schon mal runter geht. Brauchen wir hier auf jeden Fall noch ein zweites Ziel. Wie zum Beispiel hier hinten irgendwo. Wie zum Beispiel hier hinten irgendwo. Warte mal. Ah, hier findet sich doch was Schönes. Hier, guck mal. So hier in den Saft rein. Da. Da. Okay. Und dann ziehen wir das nämlich einfach nach hier unten. Und hier fehlt mal wieder eine Einheit. Erleck mich doch. Da ist diese fehlende Einheit. Die sind aber auch störig, diese Bahnen. Ich soll die vielleicht nicht so vergewaltigen. Äh. Okay. Okay. Damit passt das nämlich jetzt. Und zwar. Können wir jetzt hier immer zwei Züge reinschicken. Ha. Und zwar folgendermaßen. Äh. Brauche ich hier noch eine zweite Straße drin. Einen zweiten Weg. Ähm. Weil. Because of reasons. Fuck. Ähm. Wie kann ich das erklären? Äh. Die Züge von hier müssen bis nach hier vorfahren. Nach hier müssen die vorfahren können. Das ist der Trick dahinter. Ähm. Ich probiere das jetzt einfach erst mal so. Ähm. Warte. Linie. Maglev. So. Jetzt wird die nämlich hinzugefügt. Und dann kann ich die nämlich nochmal hinzufügen. So. Und damit haben wir theoretisch drei, äh zwei Fahrzeuge da immer gleichzeitig drin. So. Der wartet aber jetzt, bis der da unten ist. Oh. Tut er nicht. Er fährt gar nicht. Und der fährt nicht, weil der nicht wegkommt. Toll. Ähm. Ich brauche diese zweite, die zweite Fahrstraße dafür. Und zwar. Boah. Ich weiß nicht, ob er so clever ist. Oh. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vor allem null Geld. Oh. Ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Äh. So. Noch mehr Money. Ich muss das auch irgendwann mal wieder abbezahlen. Äh. Pass auf. Wir richten jetzt mal hier gerade einfach diese zweite Fahrstraße ein. Die müssen sich nämlich gegenseitig ganz, ganz böse ausweichen. Nee. Nicht noch höher. Nein. Bitte. Alles. Nicht nur nicht noch höher. Alles. Nur nicht noch. Nicht höher. Hä? Was? Auf zu labern, Felix. So, warte mal. Der einzige Weg, der ich einschlagen kann, ist hier hinten rum. So. Leider ist er nicht so clever. Dass er hier den hinteren Weg nehmen würde. Scheiße. Okay. Das war also nicht die Lösung. Goddammit. Ähm. Ich müsste hier irgendwie... Was machen wir? Wir machen das mal gerade weg. Dann kann ich hier nämlich auch mal irgendwie eine Station oder so hinsetzen. Ähm. Ich hätte ganz gerne einfach dieses Tauschdingens hier. Nee. Das wird niemals funktionieren. Ich muss ja noch Kilometer nach unten. Da fehlt einer. Fuck. Äh. So. Das stört jetzt nur, weil da was im Weg steht. Okay. Ja. Ich kriege das hier noch hin. Jetzt habe ich auch rausgefunden. Ja, 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 ja. Wir können hier deutlich effektiver arbeiten. Oh, ne, wirklich. Ja, doch. So. Bis da runter kommen wir jetzt. Puh. Das geht ja leider nicht, da wieder zurückzubauen. Mann, ist das blöd. Äh. Warte, ich baue hier erstmal mal den Übergang. So. Äh. Jetzt müssen wir hier. Warte, jetzt kann ich aber auch gleichzeitig noch ein paar Haltestellen hinzufügen. Meine Güte. Wenn wir einmal dabei sind, wenn man einmal dran ist, einmal im Geldrausch ist, dann kann man auch Dreck bauen. So. Du fliegst da einfach wieder raus. Da muss es doch eine ganz einfache Logik zu geben. Pass auf. So, das kann so bleiben. Das ist egal. Ähm. Ich glaube, ich muss die Linie mal neu einrichten. Ach, der Witz wäre halt, wenn ich das wieder zurück da drauf schleifen könnte. Warte mal, ich speichere mal gerade. Nicht abstürzen jetzt. Der Witz daran wäre halt, dass ich... Ah, nein, ah, fuck. Das wollte ich nicht kaputt machen. Bitte. Nein. Warum? Ach so. Warum? So. Äh, warte mal. Das ist ja da hinten schon auf dem Boden. Hier schon. Schon lange auf dem Boden. Warum baust du die jetzt so hoch? So. Also, wenn ich die jetzt hier hinten... Nicht doch. Die wollte ich nicht kaputt machen. Äh, wenn ich das jetzt hier wieder irgendwie... Wenn ich das jetzt hier wieder irgendwie... Auf diese eine Bahn drauf bekommen würde. Wäre das genial. Bis da käme ich ja... Ich habe ja gespeichert, ne? Ich kann ja eigentlich ausprobieren. Ich habe eine kleine Vision, deswegen lasst mich mal gerade. Das reicht nicht. Eine. Kriege ich vielleicht hier oben irgendwo raus. Diese eine Stufe. Und da fehlt dann das. Mann, das war ein Nerv. Ist aber auch störrig. Tatsache. Okay. Das würde schon mal ohne Ende Fahrzeit ersparen. Wenn ich jetzt aber hier... Nein. Da könnte ich den Abknick machen. Hier nicht. Hier auch nicht, weil es runter geht. Ja. Ähm. Ich kann ja auch die Station noch bewegen. Jetzt habe ich sie auf jeden Fall auf dem niedrigsten Niveau. Oh Gott. Habe ich es etwa? Nein. Keine Chance. Knallhart. Hm. Der Witz wäre halt, dass ich die andere Seite der Station mitnutzen kann. Was dann dazu führen würde, dass jetzt von hier, sobald er da drin steht, einer wieder rausfahren könnte. Sofort. Dafür brauche ich aber hiervon irgendwie eine Ausfahrt. Und das ist hier scheinbar momentan völlig unmöglich. Und einen zweiten Kreis kriege ich hier eh nicht rein. Ah. Hm. So ein Dreck. Ja, okay. Das hat auf jeden Fall schon mal Fahrzeit erspart. Aus diesen Dingen. Äh. Ein bisschen. Naja. Okay. Dann probieren wir das jetzt einfach nochmal neu. So. Das heißt, hier fährt einer rein. Wie gesagt, wenn ich hier irgendwo so eine Hochdingens... So ein Teil hier hin bekäme... Dann wäre ja alles in Ordnung. Aber das geht ja alles nicht. Warum bin ich eigentlich immer so vorlaut? Natürlich geht das. Oh Mann. Also hier ohne Gleise gar keine Chance. Hier mit Gleisen. So meh. Irgendwie versucht es es zu wollen, oder? Oh, ich weiß nicht. Äh, lassen wir das mal lieber. Ich glaube ja, dass das so... So das Programm langsam anfängt zu sagen... Bist du eigentlich... Hast du sie noch alle? So. Auf jeden Fall ist... Das Ding schon mal deutlich näher. Als vorher. Äh, hier kriege ich leider keine Station rein, weil das... So komische Gratwinkel ist. Ah, okay. Dann lassen wir es jetzt erstmal so... Fuck, ich habe auch die zwei falsch reingebaut. So, dann runter und dann wieder raus. Okay. An. Ich hoffe, dass es sich jetzt nicht mehr blockiert. Könnte man vielleicht ganz einfach lösen, indem man hier nochmal so ein Teil reinzieht. So, und erst wenn die da unten drin ist, kann die losfahren. Oh, Mann. Ja gut, so ist klar, dass sie dann erst losfahren kann. Ähm, warum baue ich das dann da eigentlich noch mit nach oben? Hä, man kann doch überall Fahrzeit sparen. So. So, Leute. Tut mir leid hier, aber... Ich brauche Platz. Ganz einfach. Und zwar führt diese Monorail hier durch. Durch diese Hochfahrt vorbei. Und dann können die nämlich einfach schnell abbiegen. Yay. Yay.